Der Flughafen Sylt in Westerland hat wieder geöffnet. Es findet Flugbetrieb statt. Linienflüge werden inzwischen wieder ganztags abgefertigt. Die Passagiere müssen bei der Abfertigung allerdings erheblich mehr Zeit einplanen, da die vorgeschriebenen Hygieneregeln eingehalten werden müssen. Davon betroffen sind auch schon eingecheckte Passagiere und Passagiere mit Handgepäck. Mindestens zwei Stunden vor Abflug sollten die Reisenden vor Ort sein. In der Wartehalle muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.